Hallo Leute, ich bin's wieder, der Kaujian, es geht weiter. Ich hatte irgendwie Lust weiterzumachen, weil ich jetzt fast am Ende bin und... Äh, ah ja, diese Welt. Ja, ich wollte weitermachen, weil ich fast am Ende bin und... Die Chance lässt mich nicht hingehen und ich wollte einfach zu Ende machen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sind in der Seifenblase, ja, wir sind in der Seifenblase und wir sind gleich am Ziel. Glaub ich jetzt mal. Äh, wieso geht der jetzt automatisch runter? Und Taubos haben wir uns angegriffen. Ich glaube, jetzt kommen noch welche. Ey, dieses Spiel ist einfach zu leicht und Taubos. Aber das war Beanie. Einer von den beiden ist das bestimmt. Und geschafft. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Bam! Ja, das haben wir jetzt auch geschafft und... Okay, einer von den dreien muss es sein, dass ich jetzt bekomme. Bitte. Okay. Eine Blume. Eine Blume. Okay. Kein Problem. Das ist auch was Schönes. Was ganz, ganz Schönes. Okay. Okay, die nächste wäre Space Zone. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. okay ein amokläufer darum schwebt dich du wartet okay es geht weiter auch scheiße das war knapp mann ach du scheiß was ist das denn robotnik oder was was er gab das mit sternen an okay ist ein agro fuzzi du bastard ich bring dich um ich bring dich um du kleiner spaß du du hast die ich krieg das leben ich krieg das leben okay wenigstens mir das leben bekommen und bitte nicht auf die stacheln landen ach das war knapp wir können so hoch springen oh 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 ein diesen jet okay ein düsenjet ach du scheiße was hat ach du scheiße habt ihr gerade habt ihr gerade den saturn gesehen hat uns angegrenzt das dieses level ist irgendwie schwer ich weiß nicht wieso aber ist irgendwie schwer und kriegen jetzt ein nein wir kriegen nichts und spider schwein und noch ein spider schwein ach man fick dich jetzt kommt diese scheiße ach ich habe keinen bock drauf aber ich muss ich muss das machen ich will diese blume da oben haben ja ein pilz du ich fick diese scheiß missgeburt mann wie viele habe ich jetzt noch zwölf mann ich versuche mich ganz ehrlich mich zu beruhigen aber wenn solche spaß die schweine kommen oder irgendwelche missgeburtenteile da kommen dann regt es mich einfach auf ich kann nichts dafür es ist einfach so ich bin sehr geduldig ich bin eigentlich ein sehr geduldiger mensch aber manchmal habe ich auch meine grenzen hier bei solchen spiel die 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 fick dich und du spost ich bin ich habe jetzt eine idee ich bringe erst um und dann hole ich mir dieses scheiß herz allein ach dieses teil da diese pilz man guckt was passiert da weiß ich gar nicht mal was ich sagen will so ist es halt und Million richtig speiterschwein finde ich gehen wieder zurück zu homer simpson die 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 reporter spaz die komm her hey du willst mich jetzt verarschen oder du spr Lust ist, ich bring dich um, ich bring dich eisgelt rum Ach man Man fickt dich Ja, den triffst du nicht in den Arsch Den triffst du hundertprozentig nicht, aber mich triffst du nicht in den Arsch Wartet Es geht weiter Diese Schweine regen mich auf Aber am meisten regt mich dieser UFO-Teil da auf Dieser mächtige Alien-Teil Man Man, ich dachte, ich kann jetzt geschild... Ganz geschild hier rumspielen, aber nein Dieser Spastien hat andere Pläne Kommt doch her Du Alter, dieses Spiel will mich verarschen Ey, dieses Spiel will mich eiskalt verarschen Ey, dieses Spiel will mich eiskalt verarschen Fickt euch, ihr scheiß... Ach Komm her, komm her, weg Beide auf einmal, super Elender Bastard Ey Oh, das war knapp Okay, komm her, du Spasti, komm her Oh scheiße, ich hab Angst Ich hab Angst Ich hab Angst, dass mich dieser Spasti-Teil hier trifft Ach man Ey, wieso will ich eigentlich dieses Herz, diesen Pilz holen? Es gibt bessere Teile als das da Okay, das haben wir weg Okay, ich hoffe, hier gibt's irgendwo eine Glocke Irgendwo eine Glocke Wir brauchen irgendwie... Wir müssen irgendwie... Ah, Glocke, Glocke Geschafft Geschafft Und ein Spider-Schwein Oh, das hat uns fast getroffen In Zeitlupe Okay Ey, du... Fick dich, du Spast Ich höre auf alles, ich hasse dieses Spiel langsam Aber da sag ich bei jeden Spielen, das ist immer so Das Standard Ach, noch langsamer geht's nicht, oder? Weg Und Nochmal Ey, ich hab das nicht mal... Das ist ein Fail-Video Aber ein richtiges Fail-Video Aber wart Ja, noch drei Minuten Ey, ich will mindestens dieses Chase-Level fertig haben Und ich hab... Ich hab ja am Anfang so viele Leben gehabt Auch noch So viele Leben Und jetzt hab ich noch sieben Sieben von zwölf Aber trotzdem Ach, geschafft Komm ja, du Speis Ach, du... Egliger Bastard Komm her Und rüber mit uns Und... Nochmal Auch scheiße Kann ich rüber... Ach Ach, egal Egal, ich schaff dieses Level noch Geschafft Mann Zu lange hat es gebraucht Zu lange Oh, ein Squadling-Level Anbietender Stern Lass mich aber fortbewegen Ich glaube, wenn ich... Ich glaube, wenn ich die Triffe werde ich sterben Ich hab so ein Gefühl Na, wartet Okay, zwei Minuten Die Musik ist schillig Was? Fick dich, du Spasti Na, da hab ich eigentlich Eigentlich ehemals gespeichert Ich glaub, ich hab bisher Niemals gespeichert Ich glaub, ich muss mal langsam Das mal machen Ähm... Ich dachte, ich konnte das einfach so leicht machen Aber nein Diese Spieler hat da andere Pläne mit mir Man Fick dich Oh Oh, das war knapp Das war knapp Das war echt knapp Und du Spasti Ach Kriegst mich nicht Kriegst mich nicht Aber wartet Okay Okay, nur eine Minute Und Was? Was? Okay, die trifft mich Die trifft mich irgendwie nicht Aber egal Ich will noch weiterkommen Noch eine Minute Eine Minute Oder weniger Was? Was? Ey, dieses Spiel will ich mich doch irgendwie verarschen Wie soll ich sonst da hochkommen Ich pass die Teile Kann ich... Ach so Oh Ey, wieso sagt mir das kein... Man Ah, wartet Ja, ich muss die Aufnahme hier beenden Und wir sehen uns im nächsten Mal Wenn wir diesen Spasti Boss hier besiegen Und tschüss